Hallo Brüder und herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. U Und bei den Schnellspiel-Level-Sets Elite wird jetzt gemacht Ja, schauen wir mal Okay, muss sein natürlich, das ist bestimmt ein Elite-Level Weiß es nicht, welches Level das noch war War das gemalt von Geisterhand? Ich glaube schon, ne? Oder war das ein Superstar-Bolle-Var? Ne, das war es nicht Kann das sein Das ist ja zu asozial, ey Ein Superstar-Bolle-Var-Level zu nehmen Das wäre richtig mies, ey Ich mein, oh Gott, bestimmt ist Morgenstein-Festung oder so Gibt's bestimmt hier Gefähr so asozial von den Entwicklern, find ich Ja, das ist gemalt von Geisterhand Dieses Level hier Ich weiß aber nicht, welches Abteil, welches Level von dieser Welt es war Weiß ich gar nicht mehr Und bis jetzt haben wir noch gar nicht gefehlt, das freut mich Das wird auf jeden Fall Münzen haben Ich will in die Euren gar nicht mehr rein, weil Da ist bestimmt was drin, aber Aber das wird dir auch Zeit kosten, denke ich jetzt So, wenn auch daran danke Und scheiße, die Starcoin habe ich nicht geschafft Aber ist auch egal Starcoin kann ich jetzt sowieso nicht mehr nachholen Das wäre jetzt so ziemlich egal, als das Starcoin gewesen Und da will ich bestimmt mit rein Da ist sowieso keine Starcoin gewesen Ich weiß nicht, ob das die erste war, die wir gerade gesehen haben Oder die zweite Dank meiner Rara war der erste gewesen Deine Mama So, toll Nein, da wird auch noch runter Da wird auch noch runter Alter Was? Ich wollte gerade einen scheiß Wandsprung machen Ne, das ist ein anderes Level, oder? Ne, doch, das ist gemalt von Geisterhand Da wäre ein Psychodex gewesen Kann man den eigentlich nehmen? Kann man den nicht nehmen? Dann wäre es doch viel schneller, als normal Ich weiß aber nicht, ob das zählt dann Ich denke eher nicht Oh, egal Geschafft 147 Schlecht Erstes Level Es sind noch zwei Level da Das wird auf jeden Fall der längste Part, denke ich mal Weil es ein Elite-Set ist Und es hat auch die Schwierigkeit 5 Also das wird schon hart Och Gott Dieses Level, das erinnere ich mich noch Muss das sein Muss das sein, Bro Das Seid ihr gestört? Motherfuckers Boah, Junge Das hat's gut Das hat's gut Das war ein Item haben Gibt dir kein Item nicht mal, Alter Das gibt dir nicht mal ein Item Warum denn, Nacht? Ist man auch einer Der das Racht auf Swagern hat Und da ist die erste Starcom Wie soll ich die denn holen? So Aber, das war dumm Das war scheiße dumm Ich bin blöd Egal, YOLO Komm Mach schnell wie möglich Ich bin geistig gestört, Alter Ich bin richtig behindert Die Starcom, aber ich bin schummt nicht Also ich bin jetzt nicht asozial genug, Alter Um da durchzugehen Nein, nein, nein Okay Wir müssen nicht auf jeden Fall schnell sein Sonst wird's hier Saris Trares für uns Saris Und so auf, Mann Er hofft mich zu spoilern Was soll ich Spoiler, Alter? Was laber ich da für eine Scheiße? So, auf jeden Fall Das laber ist anders, als man das kennt Gehe weiter Was haben wir das? Secret Exit Willkommen Als statt des Normlachs Weiß es Warum? Warum? Ich bin doch gar Ich hab gehüpft Ich weiß auch Ich hab gehüpft Habe gehüpft So, komm Mach's Na 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 Gut 269 Zwei Level Ich denk Das ist richtig schlecht Aber ich denk Mal Die meisten Von euch Werden da auch Gefällt haben Schau mal Das ist schon schwer Ach nee Dieses Schloss Hier auch noch Das war auf jeden Fall Das wäre Das Wasser Wieso rede ich So behindert Immer Ich hab keine Ahnung Irgendwie so ein Syndrom darüber Nicht Down-Syndrom Sondern einfach ein Syndrom Dass ich das immer machen will Keine Ahnung Wieso soll ich So ich sprechen Ich soll nicht so sprechen Ganz normal sprechen Komm Maximal Geschwindigkeit Also das ist asozial Auf jeden Fall Die Leute Die Leute Die das gespielt haben Wissen was ich meine Ach nee Das Item kriege ich ja nicht mal Müsst du sein Das ist denn das bitte Von den Leuten Okay Mach schnell Aber in diesem In diesem Level Hab ich sowieso Nicht Probleme Irgendwie Aber jetzt kommt Die Maxi Geschwindigkeit Ins Spiel Und der wird Die Probleme Erbreiten Auch die Star Ach das war dumm Ich jetzt geschafft eigentlich Aber Ich war zu dumm Für dieses Starcoin Muss ich ehrlich zugeben Ich hätte sie bestimmt Geschafft irgendwie So hol die Alles Blumen Und hau ab Hau ab Kleine Nazi So weiter Hol die ein paar Münzen Mal Mit So hier sind sehr viele Ja macht sogar Alles viel schneller Macht alles viel schneller Freut mich auf jeden Fall Shit Shit man Also das wird Auf jeden Fall hart hier Das ist hart Deine Mama Ja Ich war auf diesen Knochen Tocken gehüpft Ja komm Schummel Was soll man machen Mann Was willst du da machen So behindert Ist das gemacht Alter Deine Mama Scheiße Das ist asozial Asozial Bist du geht nicht mehr Und jetzt auch noch Ja genau Also da brauche ich Bestimmtes Item hier Aber wieso muss ich Immer gegen den Boss Kämpfen Das ist doch so unnötig Da 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 Dann Welcher Pisser ist das jetzt Och nee Larry oder Ludwig Ich hab keine Ahnung Ich kann die nicht unterscheiden Das ist Larry glaube ich Äh Doch das ist Larry Doch das muss Larry sein Dieser kleine Lutscher Ja das ist Larry Boah den muss ich jetzt auch noch Im schnellen Modus Besiegen auch noch Muss das sein Muss das sein Ey Der Typ kann So Blugs Äh Zum Leben erwecken Warum auch immer Jetzt komm spring runter Du Pisser alter Genau Damit der auf den Fressen Stampfen kann Du kleiner Lutscher Komm mal Alter Boah du langweilst Mach an Du langweilst mich Hallo Komm Jetzt steht er gleich auf Bam Toll Super Okay jetzt kommt er Ne jetzt Toll Super Toll 470 ungefähr Schlecht Drei Stück Also drei Level Im Elite Modus Fünf Tode ist klar Beim letzten Level habe ich natürlich gefehlt Weil es auch asozial war Hey wir haben es geschafft Jetzt gibt es noch den Superstar Und den Zufall Modus Ja Toll Jetzt sind noch zwei Parts Von New Super Mario Bros. U Bevor New Super Luigi U Endlich starten kann Ich will mal schauen Welches Mein schlechtestes war Das war richtig schlecht Also ich sehe hier Alles scheiße Was ich gemacht habe Auf jeden Fall Im nächsten Part Geht es dann weiter Mit Superstar Oh ne Die Superstar Bolle war es Oder Och Gott Auf jeden Fall haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal